Kreuz, was ist los? Deckel, was ist los? Herder Co." So, aber wir haben ja letztes Mal... Damit haben wir ja ja auf jeden Fall angefangen uns langsam weiterzuarbeiten. Zwei von den Zerstörungen des Dingens bumseln habe ich Be다면ame grad nicht ein. Und gehen wir noch in jedem Fall? Worauf soll ich ballern, Sir? was gibt's denn und jetzt müssen wir uns nachher noch ein wenig vorarbeiten zu den nächsten gut dann werden wir jetzt mal zu dem ding wo ist denn das nächste das ist da eingepackt von mehr ständig die machen mir nix die frage ob du was machst auch nichts und da schießt man gleich ein paar jahren atomkanonen drauf zerstört energie die schutzkammer wir sind dem artefakt sehr nahe macht euch Frieden mit den Göttern Sünder nun werdet ihr für eurer Frevel zur Rechenschaft gezogen dieses protos mutterschiff ist beeindruckend Sir unsere scans zeigen an dass es dazu in der Lage ist Verbündete zu tarnen außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen ja nicht so toll verstanden Frontaler Angriff alle Geschutze Pulverisiert sie wir werden die teilerinnen mit euch waffen geladen und einsatz ich würde wirklich sagen die trägerschiffe von dem protos die mag ich ja so dann werden wir auch mal hier reparieren lassen und hier drüben müsst ihr eigentlich auch bald wieder Nachschub bekommen ok ich brauche neue Versorgungstepos ja das ist halt ne Memme jup jup die werde ich nicht brauchen nur die Flugeinheit Dingens was ist los so das heißt dann kann ich dich schon mal hier hochholen da sind Ressourcen ich bin lediglich ein Schatten tja faszinierend das ist interessant Interessant Cartoon Cartoon das ist dauerhaft getarnt hier oben gibt es einen Haufen Ressourcen ich werde wenigstens einen von den Rechern brauchen die sind ja mittlerweile alle safe das heißt wir können weiter fliegen was verhackt ihr von uns ach wirklich der nächste wäre dann hier unten ich glaube ich werde da hier so angreifen was auch immer dann habe ich ja weniger im Weg Upgrade durchgeführt Rache so wird man kalt eiskalt ja Commander unsere WPFs werden angegriffen Wer hat die flotte gerufen Schreibengleister. Basis wird angegriffen. Komm schnell zurück. Meine Einheiten. Und da habe ich sie gekillt. Ach wirklich? Ja komm, fliegt hier hoch. Energie. Energie. So, wie schaut es jetzt aus hier drüben? Das forscht noch. Hier können wir noch ein paar bauen. Gut, mal ein ganzes Ding vollgekriegt. Was auch immer. Was auch immer. So, jetzt kann ich zumindest hier ein paar Ressourcen sammeln. Du sammelst noch. Und den einen Rächer, den haben sie mir gekillt. Das heißt, ich mache 9. Ich bin lediglich ein Schatten. Clever. Den Namen der Leere. Also wenn man hier rüberkommen soll, ich glaube, da müsste ich erst die ganzen einladen und absetzen. Und nun? So, du reparierst. Nur zu. Da kann man noch ein paar von denen bauen. Kapiert. Na ja. Schön positioniert ist es nicht. Ich überlege gerade, kann ich auch hiervon was bauen? Und da noch hoch. Genau. Hier oben ist noch alles voll. So, dann werde ich jetzt mal zu den nächsten durchgehen. Und zwar werde ich jetzt auch mehr Gegner haben. Wo ist der Nächste? Da müsste hier sein. Da ist der Nächste. Das heißt, ich werde von hier aus gerade durchziehen. Und wir drehen in das Energiefeld ein. Und da kommen auch schon die Gegner. So. Einiges abbekommen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr mit allen Schiffen rauskommen. Aber. Oh, gar nicht gut. Da ist ein guter Schiff. Schnell hier alles drauf, was wir da haben. Oh, da sammelt uns ein. Nicht gut. Zumindest kriegt er keine Schäden. Sondern wird einfach nur weg. Was uns allerdings bringen soll, ist die gute Frage. Oh, und wir haben Achtung-Kanone. Alles drauf. Kommt aber auch immer. Oh, das kommt ja auch von überall. Jawohl. Und die die ganz kaputt sind schicke ich auch gleich wieder zurück. What? So, dann machen wir gleich das hier alles noch platt. Eine erste Struktur anscheiden. So, dann mach ich auch noch weg. Gut. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht. Ihr werdet repariert. Ja, du wirst repariert. Ach wirklich? Ich weiß gerade nur nicht, ob ich mal alle zurück schicke zum reparieren. Energie. Ich glaube, so ganz verkehrt wäre es nicht. Und da kommt auch schon wieder Nachschub. Ich muss zugeben, es fällt mir hier bei StarCraft immer ein bisschen schwer zu reden, weil ich exakt nicht weiß, was ich sagen soll. Ich klicke mich hier immer nur so durch, da gibt es nichts spannendes zu erzählen. Deswegen ist es auch manchmal das Ding, warum ich immer so ruhig bin. Ich werde hier mal ein paar WBFs mehr machen. Ja, Commander. Wo fliegt denn jetzt hin? Ich werde hier mal ein paar WBFs mehr machen. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. WBF einsatzbereit. Da wird noch schön gebaut. Und weg. Gut, das heißt ich werde jetzt mal die Einheiten hier hinschicken, aber ich werde auch mindestens einen hier hoch schicken. Und hier brauchen wir definitiv noch ein paar dicke Einheiten. Vielleicht von denen, ich weiß nicht, oder die Rodins. Aber Sator heißen die ja hier, die Kleinen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und zerstört die nächsten Verbindeten. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich beim Zurückgehen hier schön Ressourcen einsammle. Kreuzereinsatz bereit. Dunkelheit bricht herein. Cartoon. Ich bin die Klinge von Shakuras. Okay, da bräuchte ich wieder einen Rächer. Clever. Ich füge mich. Hier ist der Tor. Ich bin lediglich ein Schatten. Ein Schatten meiner selbst. Faszinierend. Ich bin die Klinge von Shakuras. Im Namen der Leere. Gut, dann haben wir die jetzt alle hier. Ich überlege gerade, gibt es hier noch irgendwo Mineralienfeld, was man nutzen kann. Direkt jetzt erst einmal nicht. Wir sind jetzt eh langsam am Zentrum. Ich überlege gerade, wie ich jetzt als nächstes rangehe. Wenn ich das gleich zerstöre, ist das natürlich auch blöd. Ich glaube, wir werden von oben rangehen. Ich bin unterwegs. Ich werde erst einmal das hier drüben zerstören. Gehen wir rüber. Geschwader unterwegs. Hier ist der Tor. Verstanden. Macht keine Gefangenen. Wappen gelb. Ich muss alles ein bisschen vernichten, was ich nicht angreifen kann. Unsere WBFs werden angegriffen. Was? Wappen gelb. Und gleich wieder Yamato-Kanon hier drauf. Sehr stört. Wieder ein Feld weniger. Hier ist der Tor. Was ist denn da alles? So. Wer hat die Flotte gerufen? Ich brauche noch ein bisschen was. Oh, mal noch zwei Tors. Alle Mann von Bord. Geschwader unterwegs. So. Jetzt werden wir mal unten den hier zerstören. Ach wirklich? Und während ich den unteren zerstören werde ich gleich wieder Nachschiff holen. Das ist gleich wieder das Mutterschiff. Hui. Okay. Dann wollen wir mal. Immer langsam. Auch wenn diesmal das Feld wahrscheinlich ein paar nicht überleben werden. Habe ich zumindest so das Gefühl. Jawohl. Ja, Commander. Hier ist der Tor. Gut. Das Feld zerstört. Haben wir noch ein bisschen. Ja, warte. Ja. Mein Geist. Kehr zu den Excel-Kanad. Sehr geil. Das heißt, das Wutterschiff haben wir jetzt zerstört. Wir haben mindestens einen Schiff verloren. Werden wir jetzt nochmal zurückschicken. Und mal ein bisschen reparieren. Wer hat die Flotte gerufen? Kreuzereinsatz bereit. Jawohl. Hier ist der Tor. Was verlangt ihr von uns? Ich will, dass ihr verdient. Nein, du kreist meine BBFs an. Soll doch reparieren. Was? 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 Eigentlich könnte ich die auch noch mitschicken. Ich roste hier vor mich hin. Was? 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 Zerstört. Ist da auch nur noch ein Feld? Und das ist natürlich hinten dran. Ach, wirklich? So, dann werden wir ein bisschen den Yamato-Kanon auspacken. Und hier haben wir natürlich dann noch einen Anschub. Den müssen wir natürlich noch rüberholen. Und ich sehe gerade, ähm, hier wird es gerade bunt. Aber ich glaube, die Mission machen wir noch fertig denn hier. Oder ne? Komm. Mach mal in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.